ARD Text im Auftrag von Funk Was labert der? Das wird von Activision gemacht. Oh Mann, ein Blösenblatt, ich bekomme schon. Jungs, ich habe ca. 25 Runden reingeschwilt. Das Schwäle ist so scheisse. Braum, du musst dir noch 80 Stunden dafür zahlen. Das ist ja nicht so wie Fortnite 3 to play. Nein, nein, 80 Stunden musst du nicht zahlen. Ich möchte einfach BO3, BO3, das ist ein Chilligstein. Nein, BO4 ist schon geil, der Multiplayer, aber bleib. Ich möchte einfach so ein Blösenblatt spielen. Hey! Das ist der 1, 2. Ich möchte einfach so ein Blösenblatt spielen. Ich möchte einfach so ein Blösenblatt spielen. Das Spiel kannst du nicht mehr selbst spielen. Du möchtest schon Blöken mit dem Alekko feilen. Oh Gott. Es ist Beta, du Idiot! Aber wenn du es nicht in Beta wollen willst, dann musst du nicht mehr draufpayen, für das Blackout kann spielen. Es ist DRC und DRC, kostet Call of Duty immer 50 Cent. 2 4 4 5 Bis zum nächsten Mal. 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 Oh, da kann man hinten noch auf den Rift, die kommen absolut auf uns, pass auf. Da habe ich schon ein Meter wetter. Und vor uns hier, darum geht es auch noch. Ja, ja. Warte, jetzt können wir ja den Back brauchen. Einer weg. Den anderen habe ich. Junge, ich habe zwei Map-Packs, komm. Da liegen nur noch sechs Minis von mir, kann man nicht töten. Bro, der muss noch. Ich habe noch Jump-Head, wenn man noch so runter möchte. Oh, pass auf! Von wo? Von wo aus? Ich habe einen Baum. Warte, ich gehe nicht mehr aus dem Map-Pack. Da kommt noch eine Zündige. Ich habe zwei. Keine Sache, aber die Pusche mehr jetzt. Ich bin da. Ich bin da, ich bin da. Ich bin da. Noch nicht. Oh! Nimm den Jumper! Ich geh in den Zonen, nimm den Jumper! Nimm den Jumper! Die Kalei-Chicke, oh, bevor er hat einen Astrate! Wie will ich ihn hier schon? Dritze! Ah, Eide! Ich habe Tenkt im Sinn gelegt! Zellig! Den Jumper und den Jumper die ich erinnert habe! Die Jumper und den Jumper haben wir- Den 1 auf defect. Den 1 hit. Den 1. Den 1, den 1-. Den 2, den 1! Den 1, den 1! BOOM! Achtung, ich will durch einen Loot laufen. WTF? Absolut. Der beste Loot, das kannst du haben. Ich will noch den Ding mitnehmen. Rocket Launcher. Passt. BOOM! Ja, 800, 900, 300. Junge, wir gehen von Fights auf Fights. Das macht verdammt. Oh, vor uns. Sind ich gerade so close heute? Nein, wir müssen absolut nachholen. Willst du einen Peek haben? Ich habe Peek. Ich habe den Baum absolut wegschossen. Ja, das ist halt das Problem. Wir sind jetzt halt so etwas. Wir haben nicht. Ja, John, wait, kann ich? Das ist wirklich ein Bot. Oh Gott. Oh, da bin ich ja los. Ich hätte jetzt nicht so viel Schaden zu fressen müssen. Oh, schon. Ich habe noch mehr Tick. Soll ich den neuen Launcher mitnehmen? Ja. Ja. Ich werde einfach die Bandits loslegen. Ich habe 10 Minis. Ja, passt. Dafür ist es schon die nächsten. Nein, die Launcher muss ich halt schon mitnehmen. Weil du halt noch Gott bist mitnehmen. Mach dich um die Sonne. Ja, ja. Oh! Oh! Oh. Oh, hier. Ich bin von dem, da bin ich echt so viele Musiker. Ich bin von dem, ich bin von dem, das sind, ich bin. Ich bin von dem, ich bin von dem. Wie war ich da? Nein, nein. Gäste, du bist der? Nein? Nein. Ah, nein. Was ist denn hier? Ich will schlafen. Jetzt probiert er, weil ich ihn nicht mehr habe. Ich habe noch einen Jumper. Ich habe noch Bouncers. Ich mache noch einen Bouncer-Jumper. Nein, ich habe ihn schon verkackt. Ich habe ihn nicht mehr. Oh, das ist mir nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr. Nein, ich habe ihn nicht mehr verletzt. Komm her. Ich habe ihn nicht mehr verletzt. Ich habe ihn nicht mehr verletzt. Ich habe ihn nicht mehr verletzt. Oh, einfach mal ein Safer-Zone. Ja, ich habe ihn nicht mehr verletzt. Ja, ok. Ich bin ein bisschen dörfer. Was ist das? Was ist das? Das ist absolut der Gott. Probier's. Probier's. Ich habe einen Kapitän. Was ist los? Nasen. Ich habe einen Ausgub gemacht. Hast du das gesehen? Ich bin hier gekommen. Ich bin die Kamera mit dem LMG. Wir haben 19 Kilo. Du hast doch noch 10 Minus. Wie gesagt. Ja. Dann gehen wir ein paar Minus und ein paar Bänden rein. Wir müssen noch Save spielen. Andoli? Schau dir mal die Gegner an. Jetzt sind sie absolut Götter. Ich habe nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen. Das ist ja ein Einsatz. Ich habe noch ein Lachy. Komm, wir gehen noch ein Lachy. Ja, warte. Ich muss erst mal schauen. Ich habe nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen. Ich bin noch ein Lachy. Ich weiß, was ich bin. Das ist eine Box. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin sicher. Komm, wir müssen uns raus. Kommt, Harri. Kommt, Harri. Kommt. Hast du mir noch eine Mille? Wir kontrollieren sie ein wenig. Ja, dann kann sie mir absolut gesessen kommen. Ja, die Frage ist halt, sind sie dort drin? Soll ich mal draufbrechen mit der Bervit? Ja, ja. Ich sehe sie. Bei mir, bei mir, bei mir, Harri. Siehst du ja? Ja, zwei absolute Vollpots. Achtung, muss man schauen. Haha, zwei absolute Vollpots. Ah, beste Beschreibung 2018. Warte noch, warte noch, warte noch, warte noch, warte noch. Er will absolut last nice machen mit den Spasten. Ich habe noch Bouncers. Vom last nice, Junge! Aber du verrückte dich! Ja, sorry, den Reden musste ich heute. Der ist jetzt wenigstens nicht mehr so frech. Jetzt kannst du die Junge aus dem Loch schiessen. Ich auch. Achtung. Wenn er piekt, ja. Jetzt piekt er das bisschen, bisschen, bisschen. Dann ist er tot. Komm rum. Komm rum. Ich bin ein Prich. Oh, pass auf, Saun. Komm jetzt! Lass, SIEF! Er rediert, was? Er hat einen Schöpfer, Harri. Oh, der Schöpfer ist, oder? Er kommt. Er ist nicht mehr. Warte, da ist noch eine Trift. Wo ist die Gantin? Sie sind absolut die Fäule, Manns. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Nee, jau, warte. Uh, das... Oh Gott. Oh Gott, ooh Gott, o Gott, o Gott, o Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sind... Hallo. One cidade E-ball. Ooh! Was los. Er treng dass mir. Danke. Tschüüs. Der andere hat sich unten hier eingesperrt. Junge, das sind die grössten Boots. Untertitelung des ZDF für funk, 2017